Was sind die Vorteile der direkten Demokratie auf Bundesebene in diesen Zeiten? Ich würde es gar nicht im Vorteil oder Nachteil sehen, sondern es ist einfach unser gutes Recht. Wir sind eine wohlgesetzte parlamentarische Demokratie, die ja auch in ihrer Struktur eine Antwort war auf die Zeit des Nationalsozialismus, auf die Weimarer Republik und alles, was da betrieben wurde. Und ich finde, dass man heutzutage eben sagen kann, es wäre eine wunderbare Ergänzung, auch wo politische Zusammenhänge immer komplizierter und globaler wären, wäre es doch gut, eben auch zu sagen, Teile werden eben anders entschieden. Ich weiß nur, dass wir dann genau gucken müssen, wie machen wir es. Weil darin liegt natürlich eine Ermöglichung von mehr Demokratie, aber ich will auch nicht, dass man an die Grundprinzipien unserer Demokratie Hand anlegt. Also, dass wir am Ende sozusagen Grundprinzipien unseres Strafrechts oder so abschaffen. Deshalb muss man sich genau angucken und so würde man es wahrscheinlich auch besser durchsetzen können, wie man dann direkte Demokratie für welche Bereiche in einer ersten Stufe umsetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.